Hallo Leute, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich ein Beispielvideo zu drei verschiedenen Charakteren, die ich hier mit meiner Vorlage erstelle. Die zeige ich euch hier jetzt im Anschluss mit Musik und Zeitraffer. Also dranbleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und damit sind wir auch fertig mit allen drei Charakteren, dem Slime-Outfit, dem Aquaman-Outfit und dem Elektriker-Outfit Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen und hier geht's gleich zum nächsten Links Euer Flint